hier ist wieder Ackner 997 mit Let's Play Dragon Quest Wars entschuldigt den abrupten Abbruch gerade der war nicht absichtlich ich habe durch auf Zeit geguckt, was so ein Kampf fixiert Uh, nichts nützwitziger ist Oh, das ist die Höhle Branche Hi There is no mistake, a son of old Claymore is there I mean, I have no chance to get here But this is just the start of the walk of the world Are you ready for the true tester head? Ich hoffe, dass ich bereit bin Yeah Fuß hoch Use one if things get hairy Ja, was er hier jetzt schon brauchen Drei Heilkräuter, cool Ah, gut, okay, gar nicht mehr los Siehst du dir safe through the challenges that lie ahead Oh, ja Challenges Headset Verschiebung Okay Gepäck Halkorraut haben 4 Möchten wir gerne eins anwenden Danke Danke für Halkorraut Und go boom Ah, mein Bein Dieser Muskelkater in der Hildebrandtöhle You Who Is As Was bist du? Okay Kampff Fle recherche U All Diagonale Schläge alle Schläge bieten ein Ziel umsetzen und der Brotterer Bumbo Röntel der Söder und die Bedeutung der Bedeutung kraftlich überhaupt hier dieses Zustoß ist nicht so leicht ich suche hier noch mit meiner Arm das tut wem mit Muskelkater ich heule rum heule und Gegner okay oh shit wenn ein Gift an Gift nicht griffst bist du vergiftet okay gegen Giftkraut ju wir haben natürlich eins stimmt gleich sind wir nach dem Kampf gehalten weg du schießt du da you can't touch me stüpp 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 ging auf du da unten Vorao auch weg mit dir Fledermausi Gaston Gaston aber kommt schon boom 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 nach hat noch mehr dieses der Fehl ich jetzt da nicht was schickst du daneben schreck so 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 schreck still geht doch mini medaille okay eine mini medaille und dann kommt und dann kommt und dann geschossen durch schleudern bestimmte fändige schaffe kannst du zurückschleidern wenn du mir das schwersteigen reagiert nur muss der einstieg sein du musst die blauen punkte nun nicht jemand treffen dann sind wir schossen als feines post wenn sie um zu schießen okay okay neue stufe kann ich mich treffen ja ich kann ich kann ich stehe da unten und es scheint auch kaputt juhu und level abgabt da ist die truhe sesam öffne dich habe ich gesagt unglaublich unverschämte truhe glücksbeutel glorreiche glücksbeutel wenn du dir deinen weg durch die bildnisbahn wirst du glücksbeutel doch ihren inhalt bleibt mir ein muss müssen statt da kann das auch okay gerade köln durch durch den sieben laufen wir mal und weiter köln und gehen wir m der weg sie müssen praktisch aus m und das so juhu was mussten zurück cool was auch recht ich fehle wegwahl okay gehen wir da rein ich sehe sie schon ich sehe euch wollen schießt du so kommt auch aus wollen wir zuschießen und geboren monsterknochen okay weiter kreis ablernen gegner und geboren wo schießt zu sitzen um jeder muss wohl in der Abbruch Mönchengen Romo Klaas Heiko ist immer gut da wird geboten bei Quart und schuld mit Bildschirm warum mich so lahm um diesmal geklappt verdammt fällt erzielen boom jetzt aber geht doch herr zu verkleidern aus flöde flüssen motto und wir haben wieder ein meister schreit sehr schön ok durch die spielte die gegner schwebbel schwebbel ja ich habe ich zu klugen übernommen hier nur auf dem heute der meisterkampfformation schlag er noch 100.000 was zu tun über die kreis schon treffen irgendwann irgendwie sag ich doch um meisterstreich jetzt haben wir ihn die 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 wie kommen anscheinend kann man näher die was aus okay wie klar war das denn boom fressen preis selbst anscheinend jahr der meute und kann streiten der meister mann hier kann man den meisterstreich wieder ich finde lustig bereite meisterstreich vor sehr sich guter mächtiger ausschlag herr alles so will ist ganz im abgebot und stufe 6 okay das spiel aber nicht nur muskelkader spielen sie sind natürlich mein gott ein ritter kann ich nicht nur Kampf Ok er nähert sich Gepäck, Heikraus, Amen Wir wollen da mit vollen AP ran Ich hab mir einen Meisterschrech aufheben sollen Huh Huh Boom Boom Du kannst auch Schild hochhalten Touche Boom Schild Ich verliere meine BFB Futter Kung Fu Wo Segen wir was gekönnt Uh Ich halte nicht festkommen Bam Schau dich aus und kaputt wieder vor Es ist kein Schausgiemann immer Schild Das Leben besteht aber halt ich trotzdem vor Weil du zu dumm bist Sag ich doch, gib ihnen den Rest Boom 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 Bitter fällt auseinander und Binder den Monzerknochen Juhu Bündlich die Zeit 10 42 Und ich seh gar bis hin hier schon wieder bei 10 Minuten Ich muss aufzutreffen Rang B B geschafft Künder haben verraten es in alle Munde und 33 Weitere Leute haben genannt Okay, hier machen wir in den nächsten Part weiter Wir sehen uns dann Ciao Ciao